so wie machen wir weiter hier haben wir jetzt hier können wir nicht so machen heute das ist vorbei deswegen ignorieren wir das hier einfach und sagen so dass hier ist jetzt die eigentliche linie das heißt hier müsste so sein ähnlich wie hier müsste das jetzt hier so sein dann passt das auch wieder das ignorieren wir gehen hier einmal drumrum hier das ist vollkommen in ordnung als als nächstes haben wir dann das hier das hier wie gehen wir auch wieder einmal drumrum dann können wir hier nicht mehr drohen also hier nicht mehr drum runter also ignorieren wir das und gehen nur einmal hier im kreis und dann haben wir nur noch das ja so ist es super so gefällt mir das sehen wir uns mal an wie das von oben aussieht hier ok das war ein bisschen 2 1 daneben aber egal hier sieht es jetzt ein bisschen falsch aus das ist aber nicht schlimm wir könnten sogar die blöcke hier wegkriegen oder das sind ja blöcke genau das sind glaube ich auch die einzigen blöcke die platziert habe hier schummeln wir ein bisschen aus zwei macht eins so und hier hatten wir das so genau dann sieht das auch wieder gut aus wobei das sich eventuell gleich ändern könnte weil ich ja die wände verschieben muss jetzt im prinzip und was die wand kommt eins nach vorne die wand kommt eins nach vorne ich weiß die wand komplett wieder ab das hat das hat es jetzt davon ich weiß die wand kann ich will ich Okay. Okay. So, also von unten finde ich es sehr toll, so wie es jetzt ist. Das geht genau in die Treppe über und perfekt. Und dadurch haben wir jetzt von oben her gesehen diese diese Grundform. Das ist irgendwie blöde. Das ist irgendwie blöde. Egal. So, das heißt wir können jetzt hier tatsächlich ein bisschen anders bauen. Dadurch würde es aber unten wieder anders. Oh Gott. Okay. Wir machen einfach mal, Leute. Jetzt haben wir nämlich hier das so. Und dadurch ist das irgendwie breiter jetzt geworden. Der hier kann gefahrlos runter. Der hier nicht. Der müsste jetzt eigentlich von hier oben so sein. Das sieht von unten dann jetzt aber nicht gut aus. Warum eigentlich nicht? Was habe ich gemacht? Den hier weggebaut. den ich aber hier brauche. Okay. Das ist irgendwie schlecht. Und wenn ich sage, ich mache hier pauschal. Ich mache jetzt hier mal alles weg. Wir bauen das neu. So. Wenn ich jetzt sage, ich habe pauschal an den Rändern hier Platz. Und jetzt machen wir erst das. Uh, das sieht auch gut aus, Leute. Das sieht auch gut aus. Jeder kann ich nicht loswerden, oder? Ich versuche es einfach mal. Doch. Dann sieht das aber mit dem hier blöd aus. Oh. Und wenn ich einfach den ganzen mal am Boden rein mache. Weil das hier eben die tatsächlich Stufen sind. Äh. Streppen sind. Deswegen kann ich da keine Treppen hinbauen. Und das hier auch. Hier würde es wieder gehen. Machen wir mal so, wie es gehen könnte. Aber ein Block. Das mache ich wieder zurück, Leute. Ein Block möchte ich muss hier nach der Treppe schon sein. Ein Block muss schon sein. So. Hier ist die Treppe zu Ende, Leute. Und hier haben wir unsere Reihe. Das muss sein. Einmal fest auf den Boden treten, nachdem man von der Treppe runter ist. Ich finde, das muss andererseits. Die Treppe könnte weiter gehen. Oh, eine Fortsetzung der Treppe. Das habe ich ja noch nie bedacht. Den hier kann ich nicht abbauen. Deswegen muss das so sein. Dann geht die Treppe halt hier einfach weiter. weiter. Und dann stehe ich hier so. Und die Ecken hier, die müssen leider sein. Sonst passt es von unten nicht mehr. So. Und dann haben wir hier. Passt das aber wieder sehr gut. Ja, dann machen wir das so, Leute. Machen wir das so? Nee. Ganz ehrlich, Leute. Ich finde, das sieht nicht toll, oder? Oh. Hat schon irgendwie was. Boah, ich muss... Das Problem ist, Leute, ich muss es jetzt so bauen, dass es perfekt ist und ich es nie wieder ändern muss. Denn wenn ich das jemals wieder ändern möchte, dann wird das so umständlich, dass ich wahrscheinlich eine ganze Aufnahme nur damit verbringe, die Reparaturen davon zu machen. vielleicht sogar zwei, drei Aufnahmen, je nachdem, wie weit sich das zieht. Hm. 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 Ich habe jetzt mal eine ganz blöde Idee, Leute. Ja, ähm, ich setze die Idee mal um. Wie komme ich wieder hoch? So, und zwar möchte ich das hier so haben. Und dann hätten wir hier theoretisch wieder die Mauer. So, wie es ursprünglich war. Und dann müssten aber die hier weg. Ja, und warum mache ich die hier einfach so? wegen dem hier. Oh. Das sieht super aus, Leute. Ich baue das alles wieder um. Das wird alles wieder umgebaut. Ja, viel besser. Okay, ich baue es wieder oben um und dann baue ich es von unten, dass es passt. Okay, ich baue es wieder. das lasse ich jetzt erstmal, wobei die hier kann ich schonmal platzieren ok, so, weiter ok Moment hm, hatten wir das vorher so? Nein, hatten wir nicht wir hatten das vorher hier schon so aber dann kamen hier 3 genau das hier hier und dann 3 so war das so hatten wir das, genau ok, das bedeutet ich brauche das hier so ich brauche das hier so ja okay also dass das passt jetzt das passt jetzt nein hier passt es noch nicht habe ich nur die eine seite gemacht ich bin schlau und mache es auf die seite genauso wie auf der anderen seite aber hier ist dann plötzlich andersherum